Mein Name ist Fabian Westerheide, ich bin Unternehmer und Investor mit Leidenschaft für Künstliche Intelligenz. Heute bin ich in die Sendung eingeladen worden, Industry X, ein Format, was sonst physisch stattfindet, aber besondere Zeiten, besondere Formate, wir machen es komplett virtuell. Und ich freue mich auf ein wirklich spannendes Gespräch über KI, Europa. Wir haben im Vorgespräch schon wirklich heiß angefangen zu diskutieren, was von der Leyen sich da gerade ausdenkt und Strategie und was an Geld an fließt. Also dabei bleiben, anhören und genießen.